25.08.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ihr seid schon im Hintergrund, ich habe gerade den Bitcoin-Chart geöffnet, das Video wird heute wieder zweigeteilt sein, das heißt vorher Bitcoin-Chart, kurzer Ausblick auf diese Woche und danach eben der eigentliche, extrem wichtige und für viele von euch bestimmt sehr, sehr hilfreiche Teil dieses Videos. Das Ganze soll auch eher eine Reihe von Videos werden, also ich will jetzt nicht nur ein Video dazu machen, sondern zu diesem Thema immer wieder neue Ideen liefern und eben neue Inputs liefern, von denen ihr massiv profitieren könnt. Wie gesagt, hier im Hintergrund der Chart, ich habe im letzten Video angesprochen, diese Zone zu shorten, falls ihr euch das Video nochmal ansehen wollt, wir haben diese Zone jetzt genau getroffen. Jetzt haben wir gerade die Situation, dass wir eben noch diese Lows halten und eben jetzt diesen Seitwärts-Markt hier haben. Das Ganze werden wir, wie gesagt, jetzt kommentieren, aber davor noch das Intro. Und wir switchen jetzt erstmal kurz auf den 1-Stunden-Chart, um uns diese Range ein wenig genauer anzusehen. Wir haben jetzt am Samstag diesen Pump nach oben gesehen, wir hatten uns hier konsolidiert, der Markt hat hier nochmal Support gefunden und diesen entscheidenden Push nach oben geformt. Das Volumen war aber sehr, sehr gering und wir hatten auch noch diese Range hier, die den Markt gekappt hat. Ganz, ganz klassisches Setup, wenn man das Ganze auch am 4-Stunden-Chart sich ansieht. Der Markt hat vorher diese Range geformt, wir haben hier das erste High, wir haben hier das zweite High. Wir brechen darüber, das heißt, das hier ist eine Abweichung dieser Range, wir kommen zurück in die Range und treffen dann wieder dieses Range High und von dort verkaufen wir ab. Wir haben jetzt noch keine Lows aus dem Markt genommen, wir haben die nächsten Lows bei 9.763 und die nächsten Lows bei 9.100, das heißt, ich gehe immer noch davon aus, dass der Markt ein wenig tiefer geht, aber die Price Action hier ist momentan ein wenig choppy, wie man das so ausdrückt auf Englisch. Wir haben nämlich ähnliches Verhalten wieder wie hier. Wir haben hier einen extrem starken Abverkauf, der Markt kommt hier runter, konsolidiert hier, einfach keine klare Richtung zu erkennen, dieses Auf und Ab, Auf und Ab, hier eine starke grüne Kerze, gefolgt von einer starken roten Kerze. Ähnlich jetzt auch wieder hier. Das heißt, wir haben hier ähnlich dieses Seitwärts hin und her, wo wirklich keine große Entscheidung stattfindet. Das heißt, konkret würde es mich nicht wundern, wenn wir, bevor wir das nächste Lack nach unten sehen, nochmal eine Art Scamp haben sozusagen, nach oben sehen, bevor wir dann wirklich ready sind für größere Downzeit. Generell, wenn wir uns auch den Daily Chart ansehen, es sieht nicht wirklich bullish aus. Ich habe diese Zone eingezeichnet, wir haben hier diese Resistance Zone, wo wir hier Support gefunden haben, hier Support gefunden haben, hier Resistance gefunden haben. Wir brechen hier drüber, um sofort abzuverkaufen und hängen jetzt hier drunter unter der 50er EMA. Wir haben über uns die 20er EMA und für mich immer noch wahrscheinlicher, dass wir dieses Szenario hier sehen. Was man den Bullen bisher vielleicht zuschreiben kann, ist, dass sie diese Lows noch halten. Das heißt, wenn ihr euch hier eine Trendlinie anziehen wollt, wir haben hier ein Low, wir haben hier ein Higher Low theoretisch, beziehungsweise ein ziemlich gleiches Low, aber wir haben hier ein Higher Low geformt und wir halten dieses Higher Low noch. Das heißt, ich kenne viele befreundete Trader, die jetzt sagen, solange wir dieses Higher Low halten, ist es für sie bullish und sie sind eher long positioniert im Markt. Ja, das sagt eigentlich ziemlich viel über das Sentiment da aus. Es gibt viele Leute, die hier noch bullish sind. Es gibt extrem viele Leute, die hier jetzt bearish sind, inklusive mir. Dementsprechend ist jetzt hier ziemlich viel Unentscheidung, Unentscheidheit am Markt. Keiner schafft wirklich den Durchstoß auf eine Seite und die andere zu schaffen. Deswegen hankern wir jetzt hier hin und her. Wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn wir uns die nächsten Tage irgendwie auch noch in diesem Bereich bewegen, bevor wir dann den Ausbruch an die eine Seite sehen oder die andere. Ich bleibe weiterhin bearish, solange wir diese Lows unter uns so clean haben. Für ein bullisches Szenario würde ich wirklich gern sehen, dass wir mindestens unter diese Lows brechen, dann drüber kommen und sobald wir diesen Support wieder haben, würde ich eher davon ausgehen, dass wir wieder auf die 11.000er heiß rennen. Das wäre jetzt mal mein kurzfristiges Szenario. Viel mehr gibt es jetzt leider nicht zu sagen seit dem letzten Video. Wir werden das Ganze natürlich unter der Woche nochmal neu updaten, wenn sich was Neues tut von den Preisbewegungen. Aber bisher, wie gesagt, viel gibt es nicht zu kommentieren. Wir sind hier drunter. Wir haben hier dieses Swing High geformt. Wir kommen hier drüber, verkaufen hier stark ab, finden jetzt gerade wieder hier Support. Ein klassischer Move ist, dass wir dann diesen schnellen Move, der von hier gekommen ist, ein wenig ausbalancieren. Das Ganze haben wir auch hier gesehen. Wir haben hier diesen extrem starken Abverkauf. Der Markt balanciert diesen Move aus. Das heißt, dass du tracest mir die andere Seite, bevor dann der nächste starke Abverkauf kommt. Ein ähnliches Szenario könnte hier auch passieren. Deswegen werde ich darauf warten, werde ich darauf spekulieren. Und falls was Neues passiert, werde ich euch natürlich updaten. Und wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema dieses Videos. Ich habe den Titel extra ein wenig reißerisch gestaltet. Nur mal so als Anklang an die vielen anderen YouTube-Kanäle im deutschsprachigen beziehungsweise auch englischsprachigen Bereich, die gerne eben das Trading oder auch das Crypto-Trading, das Bitcoin-Trading, das Bitmax oder Bybit-Trading als eine Art Lotterie darstellen, wo man seinen Hebel wählt, seinen 50er-Hebel, seinen 100er-Hebel und dann einfach mal, keine Ahnung, x Kontrakte long geht oder x Kontrakte short geht. Dieses Video soll hier genau das Gegenteil dazu sein. Dieses Video richtet sich vor allem an die Leute, die wirklich profitabel diesen Kryptomarkt handeln wollen oder generell jenen anderen Markt. Die wirklich sagen von sich, okay, ich will langfristig das Ganze machen, ich will langfristig meinen Account aufbauen und ich will kein Casino praktisch imitieren mit meiner Börse. Für die Leute, die jetzt sagen, okay, nein, sie wollen lieber irgendwie mit 100.000er Hebel long gehen oder mit 200.000er Hebel long gehen, ist das falsche Video. Das ist wirklich für die Leute, die ein wenig advanced sind, die sagen, sie wollen wissen, wie man sich ein wenig Statistiken aufbereitet, wie man dann das Ganze überhaupt angeht von Grund auf und was man denn für eine Einstellung haben sollte. Ihr könnt bestimmt diese Zahlen, wo man irgendwie sagt, okay, 85% oder 90% der Trader sind unprofitabel und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei, keine Ahnung, 80% dieser 90% wahrscheinlich das Risikomanagement der Hauptgrund ist, weil die wenigsten das überhaupt anwenden. Wenigsten Leute verwenden sehr, sehr simples Risikomanagement. Und hier auch schon der zweite Satz, ist das schwierig? Nein. Das ist nämlich auch so das generelle Credo daran, Risikomanagement. Wenn man es anwendet auf seiner Ebene als Retail-Trader, ist es extrem simpel. Es gibt extrem wenig Punkte, die man umsetzen muss, um profitabel langfristig zu trainen. Das Schwierige daran ist nur die Disziplin. Die Disziplin, sich an das eigene System zu unterhalten. Wir sprechen dann auch an, welche Strategien verfolgt werden sollten. Und zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Tools zur besseren Risikoübersicht. Werd euch auch den Link zu einem Spreadsheet in die Kommentare packen oder in die Beschreibung. Das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Spreadsheet für BitMEX Trading. Wir gehen jetzt hier auf die nächste Folie. Wenn euch der Content gefällt, dann bitte liken, kommentieren. Wichtig für den YouTube-Algorithmus und weiterempfehlen. Die Links zu meiner Twitter-Seite sind in den Kommentaren und auch der Link zu unserer Telegram-Gruppe ist in den Kommentaren. Wir haben eine Telegram-Gruppe mit knapp 1100 Mitgliedern, wo wir uns eigentlich täglich über den Kryptomarkt austauschen. Das würde uns freuen, wenn auch ein paar neue Leute joinen. Und wir starten jetzt hier direkt mit der ersten Folie. Ein Blick auf die Zahlen. Für alle, die jetzt ein wenig verwirrt sind, keine Angst. Dieser Table, diese Tabelle ist sehr, sehr simpel zu verstehen. Wir haben hier links auf der Y-Achse die Win- und Loss-Ratio. Das heißt, die Ratio, zu der ihr Trades entweder gewinnt oder verliert. Wenn ihr diese Ratio nicht wisst, dann solltet ihr schleunigst ein Spreadsheet eröffnen oder ein Spreadsheet im Excel oder wo auch immer. Es gibt sogar eigene Zusatz dafür. Anlegen und eure Trades von nun an locken. Ihr müsst auf alle Fälle wissen, was für eine Profitabilitätsratio ihr habt. In dem Beispiel zum Beispiel hier haben wir hier 50-50, das heißt 50% Gewinner, 50% Verlierer. Die besten Trader, die ich kenne oder die profitabelsten Trader, die ich kenne, sind alle im Bereich 40% bis 60% Win-Ratio. Großteil sogar eher im Bereich 40% bis 50%. Ich selber bin im Bereich 50%, 50%. Das heißt, rein theoretisch, jeder zweite Trade liegt daneben. Jetzt werden sich viele Anfänger vielleicht fragen, wie kann das sein, dass man 60% seiner Trades verliert und trotzdem profitabel ist. Das ist natürlich ganz simpel. Risk to Reward. Wenn ihr bei einem gewonnenen Trade dreimal so viel gewinnt wie bei einem verlorenen Trade, könnt ihr euch ausrechnen, was bei einer 4 zu 6 Ratio rauskommt. Ganz simpel, überschlagsmäßig gerechnet. Vier Trades gewonnen mit 30 Dollar sind 120 Dollar Gewinn. Sechs Trades verloren mit 10 Dollar Verlust sind dann insgesamt 60 Dollar Gewinn, obwohl ihr von diesen 10 Trades sechs verloren habt. Was sagt die Tabelle jetzt aus? Wir haben oben hier auf der X-Achse die Anzahl der Verlierer. Das heißt, wir haben hier zwei Verlierer hintereinander, drei Verlierer, vier Verlierer, fünf Verlierer hintereinander. Ganz wichtig, hintereinander. Das Ganze wurde mit einer Binomialverteilung gerechnet auf eine Anzahl von extrem vielen Trades. Ich weiß jetzt den genauen Endwert nicht, aber auf alle Fälle ist es eine sehr gute Repräsentation, um aufzuzeigen, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit über eine sehr, sehr große Stichprobenanzahl ist, eine Losing Streak zu haben. Und es wird schon ganz gut, ich habe vorhin angesprochen, dass die sehr viele guten Trader, die ich kenne, im Bereich 50% bis 60% liegen. Und hier kommen jetzt die erschreckenden Zahlen dazu. Wenn ihr eine 50%ige Gewinnwahrscheinlichkeit habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum gegeben, dass ihr eine Losing Streak von fünf Losern hintereinander habt bei 100%. Ja, diese Zahlen müsst ihr mal auf euch einwickeln lassen. Es ist nichts an euch falsch, es ist nichts an eurem System falsch, es ist auch nichts am Markt falsch. Es ist einfach nur der mathematische, statistische Hintergrund, dass ihr, selbst wenn ihr ein profitables System gefunden habt, die Wahrscheinlichkeit, eine Wahrscheinlichkeit von 100% habt, dass ihr über eine sehr, 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 sehr große Stichprobenanzahl mindestens einmal fünf Verlierer hintereinander habt. Und ihr seht auch sogar, es geht sogar hier weiter, zehn Verlierer hintereinander, da habt ihr eine Wahrscheinlichkeit von 31,75%, also fast ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass ihr trotz eures profitablen Systems zehn Verlierer hintereinander habt. Ja, das sind Zahlen, die sollten euch bewusst sein und das sind auch eindrucksvolle Beispiele, dass egal, wie gut ihr seid, egal, welche Systeme ihr gefunden habt, das Risiko ist immer gegeben, vor allem auf eine große Stichprobenanzahl. Natürlich, sagen wir, wenn ihr jetzt 30 Trades habt, dann sieht die Binomialverteilung natürlich anders aus, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit nicht 100%, dass ihr während diesen 30 Trades eine Losing Streak habt von 5,85% hintereinander, sorry, aber je höher die Sample Size, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es euch einmal trifft. Ja, und je länger ihr tradet, je länger ihr profitabel seid, es wird euch treffen, es trifft die besten Trader. Und hier gleich zur nächsten Folie auch sehr, sehr interessant wieder visualisiert, wie denn eure Equity Curve verlaufen kann, also eure Kapitalkurve, mit verschiedenen Simulationen. Ich kann euch den Link zu dieser Seite gerne reinstellen in die Kommentare und in die Beschreibung. Ist ein sehr interessantes Tool und erspart euch selber sehr viel Rechenarbeit. Hier habe ich konkret folgende Settings genommen, Startkapital 10.000 Euro, Gewinnwahrscheinlichkeit 50%, Gewinnverlustratio 2 zu 1, Anzahl Trades 50, Simulationsdurchläufe 10, Risiko pro Trade 2%. Ja, was sagt die Kurve jetzt aus? Ihr habt hier im Hintergrund verschiedene Simulationen, die theoretisch rein mathematisch eintreten können, wenn ihr diese Metriken habt. Das heißt, wenn ihr ein profitables System habt, was wirklich kein schlechtes System ist, wenn ihr eine Wahrscheinlichkeit von 50% habt auf einen Gewinner und das Ganze noch mit einem 2 zu 1, Gewinn zu Verlustratio, dann ist es ein sehr, sehr gutes System. Nicht, um das jetzt irgendwie falsch zu verstehen. Aber was ihr hier im Hintergrund seht, sind die verschiedenen Verläufe der Kapitalkurven. Das heißt, jeder dieser Kapitalkurven ist mit diesem System über 50 Trades möglich. Das heißt, ihr könntet im besten Fall euren Account für 2,4-fachen, auf 24.000 Dollar hochgehen, wenn wirklich alles perfekt läuft und alles so gut eintritt, wie es eintreten kann. Aber ihr könnt theoretisch mit genau dem gleichen System, mit genau dem gleichen Anzahl, macht absolut genau das Gleiche, aber rein mathematisch und was auch langfristig dann zählt, seht ihr hier, könnt ihr auch auf diese Equity-Kauf kommen. Das heißt, ihr seid weit unter dem, wo ihr hier seid, theoretisch. Ihr seid sogar unter eurem Startwert. Ihr habt ein profitables System, aber über 50 Trades seid ihr trotzdem theoretisch unter eurem Ausgangswert. Aber ihr könntet auch theoretisch hier sein auf 24.000 Dollar. Es ist nur so eine Visualisierung, was euch im Klaren sein muss, vor allem im Trading. Es ist alles runtergebrochen, Mathematik und Statistik über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn ihr aus 10.000 Dollar 50.000 Dollar macht in drei Wochen oder vier Wochen, dann heißt das nicht, dass ihr ein guter Trader seid. Das heißt das nicht. Nein, das heißt einfach, dass ihr in diesen drei Wochen sehr, sehr viel Glück gehabt habt, sehr, sehr viel profitiert habt davon, dass die geringe Wahrscheinlichkeit eingetreten ist und auch sehr, sehr viel riskiert habt. Dann, wenn ihr, sagen wir jetzt mal wirklich diese absurde Vorstellung, dass ihr euer Account verfünffacht innerhalb von fünf Wochen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit um ein zigfaches höher, dass ihr euren Account komplett sprengt. Wir gehen jetzt hier auf die nächste Folie und hier habe ich jetzt mal das Risiko pro Trade auf 5% hochgeschraubt und auch hier nochmal der Hinweis, 5% Risiko pro Trade ist jetzt nicht wirklich hoch für viele Krypto-Trader, sagen wir mal so. 5% Risiko pro Trade ist sehr, sehr hoch für alle erfahrenen FX-Trader und Leute mit sehr viel Kapital, die würden nie im Leben 5% pro Trade riskieren, aber der klassische Krypto-Trader, also jung, relativ unerfahren noch, relativ neu im Trading-Bereich, der riskiert durchaus 5%, sogar mehr, also klassischen Anfänger, die ich kenne, die riskieren 10, 15, 20% pro Trade und ihr seht selber, die Daten und Zahlen sprechen für sich, also ihr könntet theoretisch mit eurem profitablen System und das ist das Wichtigste daran zu verstehen, das was ich hier eingegeben habe, ist hoch profitabel, ja, hoch profitabel, aber ihr könntet dennoch hier unten landen, also ihr könntet theoretisch euren Account fast auf Null setzen, wenn ihr eurer 5% Risiko pro Trade Strategie folgt, ja, es ist wichtig zu verstehen, sehr, sehr wichtig zu verstehen, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich trotzdem auf eurer Seite, dass ihr profitabel seid, aber es wäre auch diese Verteilung hier wahrscheinlich und das unter Amt betracht, dass ich hier ein profitables System eingegeben habe und jetzt rechnet ihr noch die Komponente dazu von menschlichem Fehler, dass ihr nicht immer eure 2 zu 1 Illustratio habt, dass ihr einmal mehr Kapital hernehmt bei Gewinnern und mehr, sorry, mehr Trade-Kapital bei Verlierern hernehmt und dann dafür weniger bei Gewinnern, dann wisst ihr ja, wo ihr landet, nämlich weit unten. Und mit dieser Folie werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Träume zerstören, aber diese Folie erinnert mich auch an mein früheres Ich. Man hat sich so Spreadsheets gemacht und man hat auch diverse Spreadsheets auch auf Twitter gesehen, wo man dann gesagt hat, man braucht nur 10% Trade-Gewinn pro Woche und dann könnte man theoretisch seinen Account auf 500.000 hochtrain innerhalb von einem Jahr. Das Ganze kann man auch mit 2% machen, irgendwie 2% pro Tag, da kommen auch extrem absurd hohe Summen raus und das ist im Regelfall so der erste Schritt so des anfälligen Traders. Das ist dieses Spreadsheet, wo man sagt, ich brauche nur 10% pro Woche oder ich brauche nur 5% pro Woche oder gar nur 1% pro Tag. Das wird dann immer so dargestellt, als wäre das das Einfachste der Welt und dann theoretisch kommt der Reichtum wie von selber. Wie dann die Realität aber aussieht, ist wie folgt. Wir haben hier eine Verteilung oder besser gesagt ein Trade-System mit einem Risiko von 10% durchaus annehmbar im Kryptobereich, vor allem im Hebelbereich. Überlegt mal selber, wenn ihr auf Bitmax tradet oder wenn ihr auf Bitmax tradet, wie viel ihr effektiv riskiert von eurem Gesamtaccount und dann rechnet ihr mal hoch, wie viel Prozent Risiko das sind. Nicht Risiko auf die Hebelposition, das heißt, wenn ihr eine Position eröffnet mit 50.000 Dollar und ihr verliert 5.000 Dollar, dann habt ihr nicht 10% riskiert, weil 10% der Verlust war von diesem Trade. Nein, ihr habt diese 5.000 Dollar anteilsmäßig von eurem Kapital riskiert und wenn euer Kapital 10.000 Dollar ist, dann habt ihr 50% in den Sand gesetzt. Ja und hier, wie gesagt, Risiko 10%, Kapital 10.000, Verlierer 1, Minus 1000, Verlierer 2, 900, Verlierer 3, 810, das heißt, nach 10 Trades habt ihr schon einen Drawdown von knapp 52% und wie gesagt, hier nochmal ein Hinweis auf die erste oder zweite oder dritte Folie, ihr habt einen Erwartungswert von 31%, dass ihr sowas seht, über längere Zeit, über einen längeren Zeitraum gesehen, bei einer 50-50 Gewinnrate. Ja, 52% Drawdown, extrem viel. Könnt ihr euch auch gerne ausrechnen, wie viel ihr an Gewinn braucht, um dann wieder zu eurem Ausgangspunkt zu kommen. Leider ist in der Statistik nicht so, dass ihr dann einfach sagt, okay, 52% verloren, jetzt brauche ich nochmal 52%, da bin ich wieder breakeven, das ist generell auch so ein klassischer Denkfehler, den viele noch haben. Funktioniert natürlich so nicht, 50% von 4700, wenn dann knapp 2350, also wenn ihr dann 50% Gewinn habt, seid ihr noch lange nicht wieder am Ausgangspunkt. Und hier jetzt eine andere Verteilung, die schon ein wenig besser aussieht, auch hier wieder ein Risiko von 2%, und ihr seht, glaube ich, die Zahlen sprechen für sich, ihr könntet 10 Mal verlieren und ihr hättet dann eine Drawdown von knapp 14%, das ist immer noch viel Drawdown, 14%, aber vergleiche ich das mit den anderen Zahlen, verliert 10 Mal hintereinander, was schon natürlich extrem viel ist und was euch auch nicht oft passieren wird in eurer Trainingkarriere, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür bei 31% ist, ihr habt dann insgesamt 14% Drawdown und im Vergleich dazu, wenn ihr euch unten hier die alte Tabelle anseht, ihr seid bei 10 Verlierern hintereinander mit Risiko 2% immer noch besser aufgestellt, als wie mit Risiko 10% und 3 Verlierer hintereinander, ja, sogar um einiges besser, ihr habt hier 581 Euro mehr nach 10 Verlierern mit diesem System im Vergleich zu Risiko 10% mit diesem System und um das Ganze mal ein wenig zum Ende zu bringen, noch ein paar Stichwörter, ein paar Sachen, auf die ich eingehen will, ja, Maximum DD Periode, was heißt das, Maximum Drawdown pro Periode, da solltet ihr euch selber fragen, habt ihr irgendein Limit, wo ihr sagt, okay, wenn ich jetzt 30% diese Woche in den Sand setze, dann höre ich auf zu trainen, was absurd viel ist, war jetzt nur ein Beispiel, oder dass ihr sagt von mir aus, wenn ihr 15% für den Monat Drawdown habt, dann ist für euch Schluss, ist euer Risiko eigenes Risikomanagement System, was dann greift, was dann sagt, okay, für diesen Monat gibt es keine Trades mehr, du machst jetzt eine Woche Pause, dann kommst du zurück, analysierst die Daten und schaust, was ist falsch gelaufen, gibt es was, was ich besser machen kann, aber definitiv 15% Drawdown maximal, danach sage ich einfach, okay, der Markt ist dieses Monat nicht gut für mich, ich bin entweder schlecht drauf, ja, also, ihr wisst, was ich meine, Risikobattag ist jetzt für Krypto-Trader, glaube ich, eher weniger interessant, da, ich glaube, wenig jetzt wirklich richtige Daytrader sind, die irgendwie Fulltime Daytrader sind und von zu Hause aus den Markt in gewissen Sessions traden, wenn ihr zum Beispiel Forex tradert, dann gibt es für euch konkret die London Session und die New York Session und ihr seid dann wirklich fix vom Monitor und tradert diese Sessions, wenn, oder, wenn ihr Fulltime-Trader seid und da macht es natürlich mehr Sinn zu sagen, okay, Risiko pro Tag, ich habe ein Risiko von maximal 1% pro Tag, wenn ich dann am Vormittag schon drüber bin, dann gehe ich zum Mittag raus und mache was anderes, aber das wird viele von euch, glaube ich, eher weniger betreffen. Reward pro Trade ist so eine Sache, solltet ihr natürlich immer wissen, aber habt ihr eine gewisse Grundvorstellung, ja, was ist für euch ein guter Trade? Ist für euch ein guter Trade 5 zu 1? Ist für euch ein guter Trade 2 zu 1? Ist für euch ein guter Trade wichtig zu wissen, wie hoch ist meine Gewinnrate, ja, weil, wenn ich eine Gewinnrate von 50% habe, dann reichen 2 zu 1 definitiv aus oder 3 zu 1 wäre schon extrem gut. Wenn ihr aber eine Gewinnrate von 30% habt, dann solltet ihr ein sehr, sehr hohes Reward-Verhältnis haben, ja, solltet ihr irgendwie ein Reward-Verhältnis von 5 oder 6 haben, um diese Gewinnrate zu kompensieren. Wenn ihr 3 von 10 Trades nur gewinnt, dann müsst ihr von diesen 3 Trades immens profitieren. Ist aber auch eine Strategie, ja, viele können damit eher weniger umgehen, da rein psychologisch bedingt, also von Verhaltensökonomie Perspektive gesehen, der erhaltene Nutzen aus einem Verlierer oder eben erhaltene, verlorene Nutzen aus einem Verlierer, der wird viel höher bewertet als ein Gewinner. Ja, das heißt konkret, wenn ihr 300 Dollar gewinnt, dann fühlt sich das für euch nicht so gut an, als wenn ihr 300 Dollar verliert, wie sich das schlecht anfühlt, ja, schwierig zu erklären, jetzt aber, das ist ein klassisches Konzept der Verhaltensökonomie und könnt ihr euch auch selber mal fragen, ja, wenn ihr ins Casino geht oder irgendwie Poker spielt und wenn ihr 300 Euro gewinnt, ist das zwar erfreulich, ist das zwar gut, aber wenn ihr 300 Euro verlieren würdet, dann trifft euch das wesentlich härter. Metriken, gehen wir auf der nächsten Folie drauf ein, was ich damit meine und eben, wie gesagt, Risiko pro Trade, ganz elementar, wie viel riskiert der pro Trade? Metriken, auch ein wichtiges Thema, auch etwas, was die wenigsten machen, habt ihr klar definierte Setups, ja, wisst ihr irgendwie ungefähr, was der Markt machen muss, damit ihr jetzt einen Long eingeht oder einen Short, wie muss das aussehen, könnt ihr das irgendwie definieren, könnt ihr euch das irgendwie aufschreiben, und das solltet ihr auch, solltet aufschreiben, wenn der Markt das macht, das macht, das macht, dann gehe ich Short, weil er das machen will, ja, wenn die 200 EMA, die 50 EMA cross, dann gehe ich Short, weil die Wahrscheinlichkeit von 60% gegeben ist, dass der Markt danach noch tiefer geht, ja, das wäre zum Beispiel das so ein Setup, oder, wenn wir ein altes High aus dem Markt nehmen und danach wieder drunter schließen, dann gehe ich Short, da ich über die letzten, keine Ahnung, 30 Mal dieses Verhalten bewertet habe und erst innerhalb eines 20 Mal, 15, 30 Mal der Markt danach noch tiefer ging. Gibt es Tage, an denen ihr außergewöhnlich oft verliert, Samstag, Sonntag, wenn ihr klare Metriken habt, dann seht ihr ja über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre, wenn ihr das sehr fleißig und brav macht, wenn ihr dann seht, okay, 70% meiner verlorenen Trades sind am Samstag, dann wäre vielleicht mal die Frage zu stellen, solltet ihr am Samstag traden, ja, dann würde man sich eher die Frage stellen, okay, am Wochenende schalte ich den PC komplett aus und mache nichts, weil ich sowieso nicht profitabel bin. Uhrzeiten, an denen ihr schlecht performt, wenn ihr regelmäßig seht in eurem Trading-Journal, dass ihr spätabends schlecht performt, dann tradet nicht spätabends, ja, das ist ganz simpel, vielleicht seid ihr einfach da dann zu nervös, wenn ihr schlafen geht und macht die wieder auf und überdenkt eure Entscheidung. Komplette Merk, die euch nicht liegen, Altcoins, also Bitcoins, wenn ihr seht, dass ihr Altcoins nicht trainen könnt, wenn ihr regelmäßig Verlust macht mit Altcoins, warum schlägt ihr denn Altcoins? Das ist auch was, was euren Metriken hervorgeht. Findet ihr ein Muster aus euren Daten? Wie verhaltet ihr euch nach euren Gewinnern oder nach euren Gewinnern, nach euren größeren Gewinnern? Ist ein Muster zu erkennen, dass jedes Mal, dass wenn ihr einen größeren Gewinn habt, danach zwei, drei Verlierer voll oder zwei, drei größeren Verlierer, das wäre dann ein Zeichen für euch, wo ihr dann definitiv seht, okay, wenn ich einen Verlierer habe, dann leite ich daraus ab, dass ich einen Tag danach nichts mache. Wäre eine Strategie daraus. Wichtig, manuelles Management versus Trade öffnen und weggehen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die extrem schlechte Entscheidungen treffen, wenn sie vor dem Chart sitzen und den 5-Minuten-Chart verfolgen. Ja, das sind Leute, die dann ein gutes Setup eingehen, aber die dann aufgrund des 5-Minuten-Charts ihr Setup über den Haufen werfen. Sagen, okay, geh jetzt raus und eine Stunde später geht der Markt dann 1000 Punkte in die Richtung. Und da ist dann ganz klar zu sagen, es wäre besser für diesen Trader einfach seinen Stopp reinzulängen in den Markt, seinen Take Profit und dann mindestens mal vier, fünf Stunden den Chart nicht mehr zu beobachten. Timeframes, seid ihr unprofitabel auf dem 5-Minuten-Chart? Fragezeichen. Das heißt einfach konkret, könnt ihr irgendwie ableiten, dass euch diverse Timeframes nicht liegen. Wenn ihr zum Beispiel auf dem 5-Minuten-Chart tradet und eine Profitabilitätsratio habt von 30% oder ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 1 zu 1, dann kann ich euch die Nachricht überbringen, dass ihr das definitiv nicht machen solltet. Ja, und das sind Metriken, die ihr generiert oder generieren könnt. Und Strike Rate, Risk-to-Reward ist natürlich Selbstständlichkeit. Hier ein Beispiel für eine gute Strike Rate und eine schlechte Strike Rate. Hier, dieser Trade hat zwar funktioniert, aber wenn ihr euch das hier anseht, der Markt kommt hier oben durch und wir sind dann hier. Wenn ihr hier Short geht, wo soll euer Stop hingehen? Wir haben hier dieses Swing High. Wir sagen, okay, hier drüber, der Markt ist hier im starken Up-Trend noch. Natürlich, es kann funktionieren, diesen Short mitzunehmen, aber das Risk-to-Reward-Verhältnis ist jetzt nicht gerade günstig. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel diesen Bruch darunter seht, dann, wenn der Markt hier hochgeht, dann habt ihr ein klar definiertes Level. Dann wisst ihr, okay, wir haben dieses Level hier gesehen. Eins, zwei, drei, vier Touches sind jetzt wieder hier drunter. Wenn wir hier drüber gehen, dann ist meine Idee wahrscheinlich falsch. Ich kann einen engen Stop anlegen und habe dann ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 3,8. Tools. Zu guter Letzt, welche Tools habt ihr verwenden? Ihr seht hier rechts dieses Spreadsheet, was ich selber auf Twitter gesehen habe und mir gespeichert habe. Davon werde ich euch den Link posten. Das ist extrem hilfreich. Ihr könnt hier den Bitcoin-Preis eingeben. Hier eure Account-Balance. Dann rechnet ihr automatisch euren Account bei den USD hoch. Euren Stop, euren Entry. Und hier Enter desired Account Risk after Fees. Seht ihr dann hier, dass hier die Stop-Taker-Fee, also die Market-Fee, wenn ihr in den Markt geht, liegt bei 0,08. Und das Slip-Edge, das heißt dieser ungefähre Bereich, bei dem ihr ausgestoppt werdet und nicht direkt auf eurem Stopp ausgestoppt werdet, das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Stopp von 10.051 habt, dann kann es gut und gerne passieren, dass ihr erst bei 10.120 ausgestoppt werdet wegen Slip-Edge. Und das müsst ihr auch einkalkulieren. Denn, ihr könnt gerne selber das probieren, wenn ihr diese 0,18% einkalkuliert in euer Risk, dann kommen da auf lange Sicht gesehen ganz andere Summen raus, weil ihr jedes Mal, wenn ihr das nicht einkalkuliert, eine zu hohe Position eingeht. Ganz wichtig. Wenn ihr 3% Risiko-Crate wollt, dann müsstet ihr effektiv hier eintippen 0,0282, damit ihr dieses Slip-Edge einkalkuliert habt. Denn, wenn ihr 3% eingibt, ist euer Risiko im Regelfall bei 0,32%. Also 0,032, 3,2%. Und das macht auf Dauer einen großen Unterschied, weil ihr dann jedes Mal irgendwie 1.000 Kontrakte zu viel offen habt. Hier, die Bitmax-Box, die nehmen auch weniger her, aber ihr solltet die auch unbedingt hernehmen. Wenn ihr dieses Tool nicht hernehmt, dann mindestens diese Box einfach vorher kurz eintippen. Okay, ich will hier long gehen. Ihr seht, dass der Markt gut aussieht. Ich will hier long gehen. Und dann überlegt ihr euch mal, okay, wo wäre denn mein Invalidationslevel? Was würde ich denn verlieren, wenn ich 10.000 Kontakte hernehmen würde? Dann seht ihr schon, okay, 10.000 Kontakte würde ich 0,01, 0,05 Bitcoin verlieren. Okay, das kann ich verkraften. Mein Account ist 0,05 Bitcoin hoch. Das heißt, ich kann auf 20.000 hochgehen. Ich kann auf 25.000 hochgehen und ich weiß genau, was ich verliere. Das ist sehr wichtig zu wissen. Viele sagen einfach, okay, ich gehe long hier, ungefähr 2% Stopp. Oh, dann kann ich 30.000 Kontakte nehmen. Das sind dann knapp 600 Dollar Verlust. Ja, und dann kommen irgendwie Slippage in den Markt, die Market Maker Fees und dann kommt ihr zurück und verliert sehr, sehr viel mehr, als ihr eigentlich verloren haben wolltet. Und ihr wisst das vorher nicht, weil ihr einfach irgendwie schätzt. Ich schätze ungefähr 0,06 Bitcoins, und sie dann nur 0,06 Bitcoins können. Ja, das ist dann ein großer Unterschied. Hier noch ganz klassisch, Zettel und Stift. Könnt ihr auch ein Word machen. Schreibt ein Journal. Schreibt auf täglich, was ist passiert, was ist heute passiert, warum ist das passiert, was könnte morgen passieren, was ist mein Ausblick für morgen, was ist mein Ausblick für übermorgen, was ist mein Ausblick für diese Woche, was habe ich heute gut gemacht, was habe ich heute schlecht gemacht, was habe ich generell für Trades gemacht. Solltet ihr wissen. Und ihr solltet auch nicht irgendwie 200 Trades die Woche machen und natürlich, ihr könnt zwar natürlich die Woche machen, wenn ihr damit profitabel seid, aber ihr solltet generell mal ein System finden. Und dafür braucht ihr ein Buch, ein Journal, oder eben elektronisch mit Word. Und in diesem Sinne, war ein sehr wichtiges Video, war ein sehr langes Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, kommt in unsere Telegram-Gruppe, kommt gerne auch auf Twitter, folgt mir gerne auf Twitter, ich wollte gerade die Telegram-Gruppe hier reinmachen, aber es geht gerade nicht, weil ich nach dem Präsentationsmodus bin. Egal, der Link von der Gruppe ist in der Beschreibung, da könnt ihr auch gerne reinschreiben, da könnt ihr gerne Fragen stellen. Bitte nicht auf Telegram selber anschreiben, privat, oder auch bitte keine E-Mail schreiben. Auf E-Mails antworte ich generell nicht, da ich so schon relativ viele E-Mails immer habe, und andere Sachen, die ich zu tun habe, und ich kann dann keine Einzelberatung per E-Mail machen. Wenn ihr generell Fragen habt, einfach Telegram in die Gruppe, und dann einfach mich taggen, oder wenn anderem taggen, oder generell was fragen. Und wenn ich dann Zeit habe, im Laufe des Tages, dann schreibe ich immer zurück. Ja, bis dahin, euer Chris.